Wow, ich bin schon eine Stunde länger damit beschäftigt aufzunehmen, als ich es eigentlich sein wollte. So, und von da kommen wir. Okay, dann gehen wir mal zurück. Jedenfalls denke ich, dass wir zurück müssen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als könnte daran was falsch sein. Und es gefällt mir nicht. Also wir haben das letzte Mal da hinten Wasser angemacht. Und dann gab es eigentlich nicht wirklich was, wo wir weiter konnten, oder? Ich denke nicht. Gut. Gehen wir hier wieder hoch. Und ich habe es eigentlich schon verkackt mit einem Lebenstipp pro Video. Denn ich habe heute ganz viele emotionale und gute Spiele aufgenommen. Aber die sind anscheinend so lang und wenn ich sie allein eins dran tun möchte, dass es nicht klappen würde. Äh. Dreh dich mal, Prinz. Äh. Das hier sieht schon richtiger aus. Okay. Sind hier wieder neue Gegner? Ich hoffe nicht. Denn, was jetzt dazu gekommen ist, ist das. Ich weiß gerade nicht genau, was es macht. Äh. Okay, Vögel weg. So, hier ist Wasser. Ich denke mal, das ist jetzt ja einer bestimmten... Hä? Ja. Macht euch ruhig unsichtbar. Kein Ding. Kein Ding. Okay. Tun wir das mal... Geradeaus war... Ach nee, von da kommt das. Ah ja, okay. Okay. Kann sein, dass sich jetzt bald ein Secret öffnet. Wir schauen gleich nochmal. Ich mach erst mal die andere Seite. Okay. Ich mach jetzt mal die Tür. Dann kann mich nicht CLOSPIEben. Ich mach erst mal. Ich mach einfach. Ich mach mich nicht. Ich mach mir das mal. Ich mach mich. Ich mach mich. Ich mach mich. Oh, hier ist eine Artwork, die ich noch nicht gesehen habe. Wieso habe ich den noch nicht gesehen? Aber ich war auch schon in der selben Zeit hier, oder? Wäre cool, wenn es mir was bringen würde, hier zu sein. Aber okay. So, jetzt würde ich aber gerne nochmal ganz kurz hochschauen. Okay, gut. Wir gehen einfach mal nicht davon aus, dass da was ist. Okay. Ich glaube, da hatte sich schon wieder einer unsichtbar gebracht, oder? Das ist einfach nur der. Ah ja, genau das wurde mal Zeit. Oh nein, ich weiß, was jetzt passiert. Ich weiß zwar nicht, wie das rein reellmäßig möglich sein kann. Aber der Ort wird sich gleich minimal verändern. Und dann ich ur Ihr erhaltet den Zahn der Zeit. Mit dieser Macht könnt ihr Gegner schnell abservieren. Abservieren? Ziehen R während des Blockens mit MT2, um den Zahn der Zeit zubeißen zu lassen. Heißt ziehen sowas wie halten? Keine Ahnung. Mal gucken, einfach ausprobieren. Man hört doch, dass ich rede. Man hört meine Worte. Alles, was ich sage, hört man durch diese Türen durch. Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch. Es ist nichts. Was ist das? Du wirst sterben, wie es deinesgleichen gebührt. Und meine Katze legt sich gerade neu auf den... Ah ja, ähm... Meine Katze, ich weiß gar nicht, geht's da vorne irgendwie weiter, wenn ich springe? Ah ja, tut es. Ähm, liegt aktuell auf Zeitungspapier, anscheinend findet sie das geil. Ah, hä? Seltsam. Ich dachte eigentlich, der ganze untere Boden wäre weg. Aber die Lade ist weg, das heißt, so kommen wir hoch. Die Frage ist, wollen wir hoch? Wenn da unten ein Secret ist, dann sehe ich's jetzt nicht. Ach, Mann. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht! Wisst ihr was? Begangen wir uns das mal. Das ist kein Pika für mich! Ich glaube! Das ist kein Pika für mich! Okay, das macht keinen Sinn. Ich habe das Wasser aktiviert und die Schalter richtig umgeändert, aber das Ding ist wieder oben. Gut, Fazit, ich bin hier runtergegangen für nichts. Das ist ein bisschen traurig. Haltet ihn auf, bevor er sein Ziel erreicht. Ein gebührendes Entwurf. Wir haben immer jemanden erklärt, was mit dem Spiel los ist, denn da stand definitiv eine Frau hinter mir. Und die ist jetzt weg. Da lag die und das war ihr Schwert. Aber die Schwerte hier sehen neu aus. Ich sammle sie mal auf. Okay, hier muss definitiv Bonusleben sein. Nach unten geht es auch nochmal, aber nicht so, dass ich irgendwie... Obwohl halt, wenn ich mich hier fallen lasse... Das geht doch, oder? Also wenn das nicht nach Secret Way aussieht, dann weiß ich auch nicht. Oh ja. Das wollte ich nicht. Okay, irgendwie sieht es auf einmal doch nicht mehr nach Secret Way aus. Oder ging es da hinten hoch? Ich schau nochmal. Wenn der Abstand nach oben nämlich zu groß war und da nichts war, dann geht es da auch definitiv nicht hoch. Dann ist es schon richtig, dass ich hier hinten bin. Oh, ich hätte erwartet, dass das so ein geiler Weg ist, den man nicht unbedingt sieht. Wo man zwar sieht, dass da Wege sind, die man laufen könnte, aber nicht direkt darauf kommt. Okay. Also sind wir jetzt quasi in der Folge, also dieselben Wege gelaufen, nur in einer anderen Zeit. Ah, und da kamen wir in einer anderen Zeit nicht rein. Hier seid es nicht weh, wenn ich eine Zeit mit euch verdäume. Verdammt. Wie konnte das geschehen? Was ist das? Okay, man hat die Waffe zwar nicht gesehen, aber aufruhen habe ich sie trotzdem. Die Waffe zwar nicht gesehen, aber aufruhen habe ich sie schon. Die Waffe zwar nicht gesehen, aber aufruhen habe ich sie schon. Die Waffe zwar nicht gesehen, aber aufruhen habe ich sie schon. Die Waffe zwar nicht gesehen, aber aufruhen habe ich sie schon. Die Waffe zwar nicht gesehen, aber aufruhen habe ich sie schon. Ah ja, da geht's hoch. Ja, ja, okay, gut, bis dann, ciao.